Das ist doch das Haus der Greygrays, das ist kein Sanatorium. Obwohl, obwohl, der Fairness halber muss man sagen, beides liegt vielleicht nicht ganz so weit auseinander. Das Dark Hills Sanatorium war eine Heilanstalt für sehr wohlhabende Patienten, bevor es niederbrannte. Und das haben die Greygrays dann gekauft und daraus ihr Schloss gemacht, oder was? So ist das gelaufen. Die haben eine Irrenanstalt gekauft, die Greygrays, und wohnen jetzt darin. Es würde im Nachhinein einiges erklären. Es würde einiges erklären. Vielleicht sind das auch noch Restpatienten einfach nur, die da drinnen wohnen. Ich weiß es gar nicht. Ich muss das richtige Emblem finden. Aussparung! So. So, was ist das? Verrostet. Da muss ich was einölen. Ja, am besten deinen Sang... Am besten deinen Sangria. Der Hardmode. Diadem. Jetzt läuft die Olli hier rum und sammelt ein schönes Diadem. Ich bin eine richtige Prinzessin. Geisterstunde! Oh, Alter, ey. Das ist einfach nicht so wahr. Oh, Alter. Ich habe meine besten Jahre getrunken in dieser Klinik. Ich weiß jeden Inch dieses Platz. Und bin bereit, zu zu erheben. All I need now is a few more things. Ich mache ein Let's Play auf YouTube. Das streame ich gerade auf Twitch. Jetzt brauche ich nur noch ein paar Dinge, die ich machen muss, um diese Dinge zu tun, die ich machen werde. Ja, das sind meine finsteren Pläne, die ich spiele. Denn ich klinge wie ein echter Oberbösewicht. Mich muss man einfach ernst nehmen. Das ist doch nicht wahr, Alter. Du hast den ersten Hinweis auf Thomas' finsteren Plan entdeckt. Mein finsterer Plan. Oh, und er hat natürlich noch eine Glühbirne in der Hand. Neben seinem finsteren Plan hat er noch eine Glühbirne, weil der Plan so finster war, dass er erst mal Licht machen musste. Das ist einfach ein Traum. Ich klicke die nochmal ein bisschen an. Wir brauchen noch ein B. B. Scheiß, B. Der kippt kein B. Das ist ein Racer-Game, ey. B. B. Alter. Das ist einfach ein Traum, der Typ. So, da geht sofort eine Geheimtür auf mit einem Schlüsselfragment. Und natürlich auch mit dem B. Scheiß, B. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Spezial-Spiele! Die sind immer Spezial-Scheiße! Ah ja, ja, Entschuldigung, ich... Facecam! Da ist die Facecam gerade. Saddam Hussein ist auch da? Thomas Gray, du hast einen Besitzer. Was? Ich komme hier nicht mehr raus. Ich komme aus den Credits nicht mehr raus. Achso, hier oben. Bitte was? Bitte, bitte, bitte was? Bitte... Was für ein... Was denn für ein Ge... Was? Nein! 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 Was? Welcher Geheimraum? 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 Hä? Wieso? Ach, falsche Taste. Da wandert die Webcam einfach mal weg. Wenn es die Fiat statt die 1 gedrückt ist, wollte ich traurige Geräusche machen wie... Nein! Nein! Bitte nicht! Bitte habt ein paar Arme einen Entwickler! Nein, dieser Trage ist wie ein Mann! Warum nur? See this? It's a bomb! And it's going to explode soon! A bomb has been planted! A bomb! But it's no fun if I just kill you! Do what I tell you! And maybe you'll survive! You want the last lever? Find my Esel! Time's running out! Finde meinen Esel, damit ich ihn beglücken kann! Rektal! Ah! Why do you always have to ruin my fun? Don't you want to see an explosion? How has been defused! Lame! Bin ich sehr aufgebracht mit meinem Seidenschal! Möchtest du normal spielen? Nein! Was?